Hallo zusammen, du bist Crunklytus oder Chris. Ich hoffe es geht euch gut, hoffentlich alles klar mit dem schönen Wetter, richtigen Sommer. Die meisten sind sicher auch in den Ferien irgendwo schön am Chillen. Ich bin leider wieder am Arbeiten, darum logischerweise nicht ganz so viel Zeit. Aber wir sind jetzt doch schon bei Folge Nr. 15 angelangt vom Doom Let's Play. Das mal versuche ich eben mit dem Bearbeitungsprogramm etwas zu machen. Und ja, ihr werdet jetzt logischerweise schon sehen, wie gut das geklappt hat. Ja, da haben wir also ganz, ganz einen dicken Fisch am Start. Und es kann gut sein, dass ich jetzt ein paar Mal sterben werde. Uiuiuiui, ja, ja, weil ich weiss nicht einmal mehr, wo ich die BFG raushole. Hey, sorry zusammen. Ah, mal auf den Tee, gut. Joi, so, bei. Also gut, ja ja, das war ein kleiner Übergslauf. Ich hoffe, hier ist mir aufge chlormet. Oh my god, wird das hart. Ich schwitze jetzt schon in meinem Büro. Ein bisschen rum als Boss. Na ja, mal gucken. Ja, schön muss man nicht das ganze schauen, das ist sehr sympathisch. Jaja, man muss hier immer so etwas seitlich bleiben. Ist von dem her noch simpel. Aber hey, zieht doch mal rein, wovon das System abzieht. Nichts! Krass, hier haben wir noch etwas BFG Munition. Oh, jetzt kommt glaube ich ein Härter, ja. Oh, scheisse. Also einen könnten wir jetzt den BFG auch mal brauchen. Aber... Ich glaube, diese Munition sparen wir uns für danach. Fuck this shit, okay, da muss ich wirklich spät ausweichen. Oh, das war ein Fehler. Also nicht den Siege Modus wählen. Der lässt aber noch etwas Munition fallen, oder was ist das? Hier müssen wir drüber. Okay, ja, das hat zwar nicht ganz gut geklappt. Also... Hey, bereiche ich da überhaupt? Nein. Also, wir wächeln da mal schnell auf die nächste Flöte. Schau mal, dass ich hier im Kampfkreis bin. Scheisse, jetzt hat mich Klinge verwischt. Ja, sorry, sorry. Aber äh, doch schon ein wenig... Ich kann nicht überziehen, doch das rein. Also, direkt in den Hals rein gesehen. Wow. Gruselig. Alright. Ja, was soll ich da machen? Waffentechnisch bleibe ich vermutlich. Zuerst ein bisschen mit Raketenwerfen. Dort bin ich relativ wendig. Das war auch schön. Am Anfang sieht man ihn ganz kurz auch mit Ladetexturen. Der ist noch nicht ganz so ausgeprägt. Also, jetzt muss ich hier aufpassen, wo sie landen. Und dann auch noch die Klinge. Ah, nein! Ui! Ui! Jetzt ist der Typ für mich gesharged. Okay, also kann er verschiedene Sachen. Typ ist nicht ganz so blöd. Hey, aber wenn es dort eine BFG-Munition hat, dann gönne ich mir doch die gleich. Oder nein? Okay. Also, jetzt tut es noch ein bisschen freeze. Ja, und dann nehme ich die Pistole nach vorne. Das ist eine ganz gute Idee. Wow. Gut genutzt. Also, hier sind wir munitionstechnisch nicht ganz. Scheisse. Was? Okay. Also, mit seinem Powerschwert kann er mich dann auch so nehmen. Gut. Oh, das war ein Fehler. Oh, das war ein Fehler. Oh, das war ein Fehler. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Um Glück, ich schränke. Schön über die Charge, du Pfeife. Oh, 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 oh. Hey, aber der macht die Gebung schaden, oder? Oh, 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 oh. investor. Ich bin zu schabbi, aber ich habe das Gefühl, dass der noch nicht ganz down ist. Oder doch? Ja, sieht nicht so gut aus. Und jetzt wird es richtig hart. Das ist das, was ich noch weiss. Jetzt wird es richtig hart. Also, zuerst schocken. Oh, jetzt hätte ich schon drüber müssen. Und jetzt am besten den Straub fertig machen. Das ist natürlich gar nichts. Oh, fuck, fuck! Schön, immerhin noch etwas drüber zu kommen. Wow, dieser Typ mit dem Charger, das hat er nicht zum Greifen. Also, fast kein Mund mehr. Ah, fuck you. Jetzt packen wir den raus, das ist eh gut. Ja, dort sollte ich gut drüber können. Das klappt einigermassen. Aber ich weiss nicht, ob man es hört. Ein bisschen bin ich schon ganz konzentriert. Das macht er auch da. Oh ja, jetzt muss ich wechseln. Jetzt schockt es ihn. Genau, jetzt brauche ich immer viel zu lange für die Waffe zu wechseln. Oh, scheisse. Aber immerhin einen kann er reinsetzen. Zwei. Drei. Oh, scheisse. Jetzt zieht das rein. Das kann irgendjemand nicht so voraussagen, wo der nachher geht. Mit seiner Laserhand. Mann, das stört mich schon ein wenig, dass ich immer mein eigenes Gesicht nicht sehe. Was hat das vor? Jetzt muss irgendjemand... Oh, 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 scheisse, scheisse, scheisse. Ja, das ist irgendwie nicht so gut gelaufen, hm? Ähm, vielleicht BFG ein wenig öfter brauchen. Vielleicht gar nicht warten, bis die Wange auch bekommt aus seinen Angriffssteinen oder was es auch immer ist. Weil dort ist sie dann auch schon sehr effektiv. Weil da nimmt einem dann richtig strubi die Zange. So, genau. So, genau. Genau so. Ja, da ist irgendjemand fast ein wenig slow. Ah, scheisse, da habe ich nicht gesehen. Hey, shit, 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 shit. Das macht es mir also nicht wirklich einfach. Und vor allem meine Waffenwahl. Ich lasse es so zu Wünschen übrig. Zum Glück liegt da noch ein wenig Mund rum. Ja, und der geht nicht schlecht, aber so. Jetzt muss ich einfach schauen, was er macht. Ja. Ey Mann, jetzt hat es ihm gleich gebraucht. Das darf ich einfach nicht kumpen, oder was? Ja, 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 oh, 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 zu late. He Scheisse, noch falsch gehüpft. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Es kann dem Fall sein, dass ich hier das Schneideprogramm nutze, um das Video ein bisschen zusammenzunutzen haben. Ich meine, jetzt spielen wir noch nicht lange, aber fuck ok. Okay, der kommt schon noch hart. Das Motto von vorhin noch einmal verstärken und jetzt gleich voll... voll bieb. Oh, nein! Ui! Fuck! Schweine kann hei! Und dann durchgeschossen! Noch einmal! Also gut, komm kill mich, jetzt habe ich es echt verdient, mach mich fertig hei! Ich warte auf die, ja, merci! Scheisse! Scheisse, dreimal verschossen, das darf natürlich wirklich nicht passieren. Ja, hier... Ich hatte es eigentlich noch... ein gutes Gefühl, aber hier stehe ich jetzt doch... das erste Mal so richtig... richtig gemacht zu werden! Oh nein! Come on! Okay. Das klappt mittlerweile nicht so schlecht. Einfach das ist nicht die richtige Knarre. Scheisse, dreigelaufen! Nicht einmal erreicht! Also tut der noch gut hei! Ja, der tut nicht so gut, aber... Ich habe jetzt die FG-Munition aufgenommen eigentlich. So, jetzt gibt es noch mal einen. Genau, richtiges Timing. Yes! Hey, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist jetzt wirklich, wirklich gut gelaufen. Aber jetzt habe ich keinen Mund mehr, oder was? Einmal... Oh Scheisse, jetzt bin ich slow. Hier habe ich auch keinen Mund mehr. Scheisse, Scheisse, Scheisse! Jetzt bin ich... Jetzt bin ich richtig am Arschi! Ja! Ja! Wirklich! Und er hat noch schön auf ihn zugelaufen. Eigentlich wollte ich zu diesem Leben her. Ja! Jedes Mal abpacken! Was ist das? Das fünfte Mal, oder so? Also, zehnmal. Zehnmal probiere ich es sicher. Wenn nicht nur mehr. Aber vielleicht seht ihr das eben. Wie gesagt, nicht alles. Was? Wo ist denn da jetzt hin? Durch seine Beine, oder so? Fuck! Komm, du Bastard! Ja, das bringt... Das ist auch sehr hilfreich. Hier noch Kampf. Komm schon! Ja! Beste Idee ever! Ja, super! Komm, dann mache ich fertig mit dieser doppelläufigen Hingerrücks. Dieser Typ Schnitzel, der schnallt es nicht mal! Und doch hat es geschnallt! Und doch hat es geschnallt! Also, mein Einig mit dem BF-Cheat. Das regt mich auf, dass es zum Teil hier in meinen Helm reinglitscht, wenn ich... wenn ich das Automodell in der Mitte habe. Ja, das ist wirklich... ein kleiner, kleiner Nachteil. Mal schauen, ob ich die wieder zurück switchen. Ja, das ist jedes Mal sehr bei den Drucken durch. Kasi! Wieder daneben! Das kann doch fast nicht sein, dass das Ding nicht bereichst. Der ist ja riesig! Also, jetzt habe ich keine einzige BFG-Munition mehr. Gut! Das heisst... Wir müssen uns eigentlich auf zwei Schuss ausruhen. So, das hat es aber gereicht. Ich habe die richtige Waffe genommen. So, das ist ja... Ja! Wir haben die Verhängungen einfach oben mit dem Springen und dem Ausweichen. So... Eigentlich ist es nicht schlecht, wenn man nahe bei ihm wäre, dass er meint, er muss seine bekackten Ankampf angriffen... Oh! Jetzt bin ich da rausgelitscht! Das habe ich noch nie gesehen! Ei, 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 ei! Das hat mich jetzt schon ein wenig verwirrt! Ja, es gibt auch immer wieder etwas Neues zu sehen! Im Vergleich zu seinem Hals! Ey, nein! Ich kacktere Hals, er tut eine ganz, ganz neue Bedeutung! Hey, wäre es echt schlimm, wenn das Nara... Heute in dieser Folge nur einen Kampf zu sehen gibt. Und dann mache ich natürlich mal ein wenig mit Recorder, ein wenig trainieren für mich. Und wenn ich ihn dann nach 10 Stunden mal fertig gemacht habe... Hey, ich habe ihn getroffen! Getroffen mich erst einmal! Aber er mich auch! Also, jetzt ein wenig näher hin! Hä? Was soll der Scheiss? Was soll der Elend Scheiss? Ja, es ist heiss im Zimmer, das sicher. Aber der Laptop ist jetzt auch mal nicht mehr Ultra gefordert, hey! Jesus, ich muss schnell die Temperatur checken! Moment mal! Nein, der ist nicht einmal richtig am... richtig am kühlen, hey! Was steht eigentlich hier drinnen? Ja, offen, da stehen Ihnen meine Kreditkarte-Infos drinnen oder sonstige Sachen. Nein, da steht irgendwie nicht so viel drin, hey! Ja, boah, ich weiss doch auch nicht, was für eine Fail-Episode haben! Das glaube ich ja nicht! Und ja, ich meine, jetzt habe ich es schon ein paar Mal gesagt, habe ein paar Sachen probiert, aber ich werde jetzt auch definitiv auf PS4 switchen, hey! So kann es in meinen Augen eigentlich nicht weitergehen! Yeah! Ja, damn, das geht es ja nicht! Das geht es ja nicht! Jetzt hätte ich hier echt... ...echt etwas zeigen sollen. Ja, ähm, ja, sorry zusammen! Irgendwie TZ-Temperaturen, was auch immer, meinem Laptop nicht zu passen scheint, haben jetzt das Abenteuer hier sehr kurzfristig beendet. Und ich bin sicher, ich hätte nicht in dieser Runde genommen, weisst du, das ist noch das Härteste! Nein, nein! Hahaha! Das reden wir jetzt nicht unbedingt ein! Aber ja, für mich ist es Spass, ich könnte sicher noch etwas mit dem Lightworks, eben, Videoschnittprogramm hantieren, mal schauen, wie denn das auch genau funktioniert. Oder eben auch nicht. Aber ich denke schon, dass ich es hinbekomme. Vielleicht habe ich da auch noch zwei, drei Fragen, die ich da ja sicher an einen oder anderen von euch richten kann, die sich da gut auskennt. Ja. Eben, sorry noch einmal für diese wiederum kurze Folge. Ich habe es wirklich probiert, etwas herzubekommen. Aber es heisst auch, dass es für mich in Zukunft ein wenig einfacher wird mit dem Rekorder von PlayStation. Ja. Wir sehen uns dann bei Folge Nummer 16, he? Macht's gut!